Wir versenden Ihre Babywaage gut verpackt in einem stabilen Karton. Bei dem hier gezeigten Modell handelt es sich um die iParent-Version. Diese Waage kann über Bluetooth mit einem iPhone oder iPad kommunizieren, worauf ich in diesem kurzen Video aber nicht weiter eingehen werde. Abgesehen von der Farbe der Zierstreifen entspricht die iParent-Babywaage ansonsten weitgehend dem normalen Modell. Außer der Waage finden Sie im Karton noch die Anleitung und die Batterien. Zum Entfernen der Plastiktüte müssen Sie die Waage ein wenig öffnen. Rechts sehen Sie den Standboden. Dieses Teil wird von Magneten gehalten und löst sich beim Öffnen der Waage. Wir müssen nun nur noch die Batterien einsetzen. Bei dem hier gezeigten Modell mit Bluetooth sind es vier Batterien, ansonsten zwei. Nach dem Aufklappen zeigt die Babywaage ihre wahre Größe. Zum Einschalten genügt ein Knopfdruck. Die Waage ist nun betriebsbereit. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.wagen.lu. Wir versenden in alle Länder der EU und in die Schweiz.